Schöner Zeichen geschaltet habt ihr einen Showdown mit dabei sind uns haben, wo es im Grunde steht, hallo. Hallo. Nyo, Hexer. Ich hab so fest zugestanden, dass die anfängt zu brennen. Mach mir da mal einer nach hier. Äh, vor uns wurde irgendwas gedingst. Oh ne, mach jetzt ganz schönes. Also, ähm, mit einer Show. Vor uns schon. Mein Gott. Kann ja nur da drüben sein. Kann ja eigentlich nur da drüben irgendwo sein. Der wird doch auch schon geschossen. Ja, was kann man dann? Hm. Ich hol den Hinweis. Und da kommt Mohati. Und hier ne Tante mit dem Ball. Gehen sie. Der Skipper ist ausgegraut. Ey, Madonna ist aber auch ausgegraut. Da haben wir ja so'n Feld. Was? Die springen da einfach ein paar... Wer weiß. Da springen da mit, die ist weg. Da müssen sie ja rüberkommen. Und... Links von uns war was. Hm. Da sitzen Raden. Ne, die möchte ich nicht. Die können da alle. Hallo. Da. Sie. Korin. Da müssen wir wohl nach Reinhardt. Mal. Aber erstmal ne Kutsche vorbei. Hinter uns wird geschossen. Das sollen die mal schön unter sich ausmachen. Die werden extra gerne ne Kasse. Aber... Ich mach Wunder. Die kommen! Alles gut? Wir sind doch nicht da. Ja die sehen mich nicht. Alles gut. Ok. Wo sind die am Wasser? Ja die kommen gerade rüber. Ich bin die böse. Und jetzt? Kommen die zu euch? Ja. Werfen wir weg Kappers. Oh scheiße. Einer ist tot? Ja. Ja klar. Brandenboni direkt. Ich glaub da ist einer reingelaufen in nem Bums. Ich weiß nicht wo! Ich seh nix. Da müssen noch einer drin leben. Noll. Meine Güte. Noll ist gestorben. Hä? Ja er ist gestorben. An Blutung oder so. Ach Blutung hat er gehabt? Ich wollte ja sagen es ist ein Wasserstoff. Ne es hat Giftschaden in der Waffe gehabt. Ah ok. Ok. Ja dann lootet mal. Ich hab nachlooten. Aber der Gifts deckt doch gar nicht hoch. Guck. Ich hab keine Ahnung. Wo liegt der denn? Ist doch die Frage. Der eine muss im Wasser unten irgendwo liegen. Hier liegt einer. Hier liegt einer. Und im Wasser liegt einer. So den hab ich geloopt. Äh Achtung hier steht einer. Deswegen. Warte ich heimlich erstmal eben kurz. Deswegen ist er gestorben. Mit Katana. Achtung Achtung Achtung. Jajaja. Da ist ein Solo rumgammelt. Sag mal eben nach. Ich geff da mal kurz ne Dynamitschlange drunter. Mut geh mal kurz weg. Ja mach doch. Ja. Ich hab Angst hat die nach oben weg. Durch den Boden gehört. Hast du Schaden bekommen? Der hat uns doch gut angehört. Ja hat der auch. Wo ist der? Hier oben. Am Arsch die Räuber. Ich hol mal eben kurz. Martin. Pass mal eben auf, dass der wieder aufsteht. Ja. Perfekt. Deswegen ist der auch gerade gestorben. Ja. Dann looted mal bitte alle. Damit ich auch alle looten kann. Ja. Moment. Ich will mich grad mal verbinden. Hab ich. Ich pass auf die auf. Gleich. Ich hab eigentlich oben noch einen. Ja looted den. Ich hab die. Du konntest looten. Den hab ich schon. So dann lag einer am Wasser oder so ne? Wo lag da einer? Den im Wasser haben wir dann. Den hab ich noch nicht gefunden. Mach erstmal die zwei hier oben. Den und den. Hier wär auch noch oben ein Waffenöl. Ah, ich hab was. Ich, ich hätte so ne Feuerflasche. Ah, ist gut. Die brennt schon. Ich hab die mal angezündet. Ah, ok. Such erstmal den anderen zum looten. Hier, hier lagen Waffen. Die mit dem Kataratan runter. Da lagen ihr so, hey warum색 der vom Filter denn um? Ja. Ja. Ja hab ihn. Okay Marcel. ich habe im ziel moment ich komme ich finde ich finde ich finde die ganzen waffen aber wusste immer wieder jetzt kann man sie ja wieder ja ich komme noch mal hin habe ich irgendwo geht auf 195 fertig an setup ach nun hat den schon gelootete in dem wasser deswegen kann ich nicht looten ach dann hast du gar nicht glutet im wasser ich hab noch gar kein geloot ich hab auf den aufgepasst ich zünd die mal wieder an habt ihr die glutet bei der die kann immer aufstehen in der mitte würde ich sagen ist vorher ist für action ja dann lass uns da mal hin okay die kann ja auch nicht mehr looten die sind dann alle die ganze zeit ist immer total verwirrend ich weiß ich habe die ganze zeit gesagt looted alle ich kann ja nicht looten wenn ich die auf die aufgepasst habe ich gesagt looted alle und dann hast du dachte ich halt du hast in der zeit wo ich auf sie aufgepasst habe gelootet ach so ne ne ich habe die ganze zeit aufgepasst das war sonst keiner ist ja egal ist ja egal jetzt müssen wir kurz gucken wo sind die irgendwo in den pferd ist da kein pferd an dem ding so laut oder hat ein dickes dynamitbande habe sie oben auf dem haus irgendwo hat sie nach unten geschaut ja aber sie oben nicht ohne genau steht warte kurz hier liegen anscheinend ein paar tote achtung die fliegen kommen zu euch ja die unter dem haus ist ein ist ein zombie wenn ich mal eben kurz zu den da hoch hier ist stacheldraht okay ich hab die sicht ich weiß wo die toten sind eine tote ist hier ich muss erstmal auf die hier oben aufpassen die ist die ganze zeit nicht aufgeschaut und ich hab sie im blick okay komm mal oh warte mal hier liegt noch einer warte beim moon oder da komm ich mal hin eben hier habe ich und dann ist da unten noch am wasser einer hier ist noch eine meinst du ich weiß nicht ob martin die schon hat ich hab die den habe ich schon ja okay hast du auch den unten am wasser habe ich noch nicht unten am wasser ist auch noch einer okay also oben die habe ich auch schon gelootet okay hier dann war das ein zombie entschuldigung achso ja du siehst halt immer ich glaube du siehst halt immer da ist unten was rotes glaube ich dran an dem dings wenn du guckst dann ist da wenn da was rotes unten dran ist ist das immer ein spieler eine leichte rote flamme hast du die jetzt alle gelootet hier drin ja sollten also ich habe alle gelootet die mir angezeigt wurden ohne spritze spritzen boom wo man noch erstmal holen achso braucht er braucht ihr nachschub ich habe alles voll eigentlich ich auch ok ja dann würde ich sagen kriegen wir Reinhard ist das echte Ding noch mitgeholt ja es gibt 30 punkte ja echt ja es hat 30 punkte gerade gegeben ja es hat 30 punkte gerade gegeben punkte ja ja dann mal gucken vielleicht wieder alles ausstehen und hinterher steht also theoretisch gesehen warte mal da liegen vier stück warte das stimmt die vier haben wir geloot ok alles gut ja hier haben wir vier da hinten waren vier das sind schon mal allein vier teams mit uns sind es fünf teams also oh wenn wir die man hätte höchstens halt nochmal bei der am Turm warten können das ist alles oh bedeutet warte mal da waren ja dann acht ja könnte maximal nur noch einer da sein außer irgendeiner von den anderen Lumpen steht da wieder auf ja oh ne Kasse dann du 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 schon aufkommen ohne die waffe gewechselt und dann mit der falschen waffe komm zeig mal ob ihr wer ist ja hier hast du noch ein paar ich hab da oben steht noch eine drauf muss noch ein paar klumpies also falls ihr noch ein klumpie seht ich brauch noch einen einzigen ich suche so lange mal nach einem ja nie sehe ich gott keinen hallo oh physikum alter was was machst du da doch der hat zugeschlagen mit seinem feuer und letztlich war da ein rotes fass dadurch ist er explodiert die kommen zu dieser beschissenen naja ich wieder mal zum was ja ja jetzt physikum wo ist der kann komm ich irgendwie komplett falsch die die ist ja lump und hier ist noch mal füße können wo ist was geld weiß ich habe ja nicht Oh, du bist gut. Hallo. 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 Oh, du bist ein Zombie. Jetzt kommt ja einer, anschmeißt seine letzte Dynamite rein. Der letzte Spieler, der ist noch da. Oh, schade. Hab ich das eigentlich gerade mitgenommen? Auch Special Ammo. Damit ich noch einmal Morty anbrennen kann, weil ich hab keinen... Oh, die ist leer. Ja, ähm... Ich wollte gerade sagen, ich war doch in die Welche, aber... Die ist da wo weg? Ich geh mal gucken. Punkte, Upgrade Points. Uh, da haben wir den mal... Wo waren die Pumpe? Hier oben irgendwo. Ja. 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 Ich finde ganz Special. Hallo. Hier ist das Öl. Oh ja, das ist schon so genug. Die Runde, ähm... Da finden wir aber richtig viel Zeug, ne? Toll, ich kann nichts mehr freischalten. Nein. Nein, warum? Nein. Ah, ich hab'n Laterne gefunden. Damit machen wir jetzt n' Klumpi weg. Ist für... War das doch von ner Laterne für was? Ich hab'n Laterne gefunden, deswegen konnte ich jetzt... Klumpi mit Feuer. Klumpis. Und... Lumpis. Ich den hier drückt, ich den hier einfach weit rum. Hier liegen Mücken rum. Ja, Mücken. Das sind Mücken. Mücken. Hier liegen Mücken. Die nehm' ich mit. Mücken. Mücken. Und Trades. Und Kondoid. Oh, what? Mücken. Oder hab ich den schon? Ja, aber ich... Mücken. Mücken. Da kommt der Lächter. hast du jetzt das mit dem klumpi fertig ja okay dann würde ich sagen nicht lange schnacken kopf in den nacken wir gehen oder wenn der water devils noch sieht sagt bescheid oder von beiden und zwei stück da ist einer geile sind wir wollen so ein wir kommen wieder wir kommen ja jetzt nicht mehr wiederkommen so kann man ja erst mal noch alles gut ich habe erst gedacht ich hätte da was gesehen aber hat er noch recht gesagt machen wir mal eine coole letzte runde liefern wir mal richtig ab nachdem er das gesagt hatte hat er sich einmal umgedreht nicht das gleich macht hier mücken ihr seid frei die mücken sind frei ich befreie euch mücken tschüss mücken brennendes pferd da ist wieder ausgeschmissen so was haben wir denn hier abgeliefert nur sechs ich habe drei War nicht 2x4 Teams? Ach ne, die eine war ja schon tot. Stimmt, die haben wir ja gar nicht gemacht. Stimmt, die letzte war auch Solo. Keine Ahnung, ob du draufgestanden bist oder ob gehauen. Das wissen wir nicht. Das war ja Team auch noch dazwischen. Geil, auch ein bisschen was freigeschaltet. Ja, schön. Danke fürs Reithalten und fürs Vabeisein. Morgen um 13 Uhr geht's mit der Anschauung weiter. Tschüss. Tschüss.